Moin Busch-Anfänger und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen kurzen Produktvorstellung auf dem Busch-Anfänger YouTube-Kanal. Heute geht es um das Puma IP Dexter 2, hier im Video in der Version mit den schwarzen Griffschalen. Bevor ich dir mehr zu dem Dexter 2 erzähle, einmal noch kurz eine Anmerkung in eigener Sache. Unten in der Videobeschreibung ganz oben findest du einmal den Link zum Produkt, da kommst du direkt in meinen Onlineshop, wo dir nochmal Detailbilder und auch die ganzen Informationen zu dem Messer in Ruhe anschauen kannst. Und ganz unten in der Beschreibung findest du nochmal einen zweiten Link, da kannst du dich zu einem Newsletter eintragen, wo es ungefähr einmal im Monat einen exklusiven Sale gibt, der nur für Mitglieder in der Newsletterliste gilt. Wenn das das für dich ist, gerne eintragen. Jetzt geht es los mit dem Video. Dann schauen wir uns das Dexter doch mal genauer an. Das Messer kommt zusammen im Lieferumfang mit dieser Lederscheiter, die du hier jetzt im Hintergrund gerade eben die ganze Zeit sehen konntest. vorne drauf ist das schöne Puma Logo, in dem Fall das Puma IP Logo. Da würde ich auch direkt mehr zu sagen, das Logo findest du auch nochmal hier auf der Klinge, links neben dem Dexter Black 2 Schriftzug. Die Puma IP Reihe ist quasi eine gesonderte Produktionsreihe von Puma. Es gibt also Messer, die in Solingen produziert werden. Das sind die Messer von Puma, die keinen Namenszusatz haben, also kein IP, kein XP, kein SGB, sondern einfach nur Puma. Und Puma IP ist die internationale Produktion von Puma, also Messer, die zum Beispiel in Spanien gefertigt werden. Die sind dann meistens ein bisschen preiswerter, haben aber trotzdem eine sehr hohe Qualität und bieten dir quasi die Möglichkeit, ein hochwertiges Puma Messer zu einem günstigeren Preis zu bekommen, als wenn es in Solingen hergestellt werden würde. Das Dexter 2 ist in zwei verschiedenen Griffvarianten verfügbar. Das, was du hier siehst, ist die Version mit dem schwarzen Mikata und dann gibt es auch noch eine Version mit orangenen Mikata Griffschalen. Die sind vor allem für Jäger vielleicht ganz spannend, weil wenn das Messer dann im Gras liegen bleibt, quasi beim Aufbrechen, du legst das Messer zur Seite und mit den orangenen Griffschalen ist es dann leichter, das wiederzufinden, weil das sich halt natürlich deutlich besser gegen den Waldboden absetzt, als zum Beispiel die schwarzen Griffschalen. Das Dexter 2 hat eine Gesamtlänge von 22,2 cm und eine Klingenlänge von 10,8 cm. Das ist gutes Mittelmaß und vor allem die Klinge ist mit 10,8 cm natürlich kurz genug, um nicht ins Führungsverbot zu fallen. Das Messer darf also öffentlich geführt werden und wenn du das im Wald dabei hast, ist das überhaupt kein Problem. Bei der Klinge kommt ein 440C mit einer angegebenen Härte von 57 bis 60 HRC zum Einsatz. Der 440C ist ein guter Allrounder Stahl, der gut nachzuschärfen ist und den Mittelweg quasi aus Nachschärfbarkeit, Rostbeständigkeit und Schnitthaltigkeit ganz gut findet und der passt zu so einem Messer hier wie dem Dexter 2 perfekt. Puma hat die Klinge etwas schlanker gewählt und sich für 2,8 mm Klingenstärke entschieden. Daher auch das Messergewicht von 140 Gramm. Wenn natürlich nicht so viel Stahl verbaut ist in dem Messer, dann ist das Ganze auch nicht so schwer. Fühlt sich aber trotzdem schönwertig an und die Verarbeitung vor allem von den Griffschalen ist auch ordentlich, so dass da also keine Überstände sind, die man irgendwie mit den Händen fühlen würde, was natürlich dann beim Arbeiten ohne Handschuhe gerade doch irgendwann ein bisschen nervig wird. Das Puma IP Dexter 2 ist ein schönes Allround-Messer, was nicht nur für Jäger, sondern auch für Bushcrafter sehr interessant ist. Vor allem als kleines Backup-Messer vielleicht, wenn man jetzt dazu noch ein großes Haumesser oder ein Beil oder eine Machete verwendet, dann ist das eine tolle Kombination. Und wenn du als Jungiger noch ein preiswertes erstes Jagdmesser suchst, dann ist das Dexter 2 mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Das war es soweit von mir zum Puma IP Dexter 2. Wenn du noch mehr zu dem Messer wissen möchtest, dann schau gerne unten in die Videobeschreibung. Da findest du ganz oben direkt den Link zum Produkt, zu den Detailbildern und nochmal alle Details zusammengefasst. In der Tabelle kannst du dir anschauen und in Ruhe durchlesen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit den anderen Videos auf dem Kanal. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.